Ja, ist sehr schade. Der Trainer hat sich sehr gut integriert hier in der Mannschaft auch und ja, ist halt schade immer, gerade wenn man sich daran gewöhnt hat, so am Trainer und wissen, also jeder weiß halt, wie sein Spielsystem ist und so und jetzt kommt ein neuer Trainer. Na gut, so ist Fußball, kann man leider nicht ändern.